Was haben Sie für eine bunte Jacke an? Sind Sie nicht zu alter für? Haben Sie übergewählt? Was machen Sie, Wobli? Handwerkskoordinator. Das heißt, Sie sind der Handwerker, der nix tut und aufpasst, dass Sie an der Hand haben. Und hier auf St. Pauli mit dem Anschluss Hennstedt-Ulzburg können Sie doch die ganzen Belastungblatt nochmal verdoppeln. Und ständig braucht man jetzt ein Passwort. Überall PIN-Code, TAN-Code, ständig Code, das ist doch scheißherrlich. Aber wir gucken uns das hier mal an. Ich will das mal kurz aufschalten hier. Sehen Sie, hier, und alles live hier in der Garde. Das ist doch bald in der Ehe. Erzählen Sie mal einem Freund oder Kollegen, dass Ihre Frau Sie zweimal im Jahr aus reiner Schikane zur Darmspiegelung schickt. Die Frau ist begeistert, verschwindet mit einem Stapel in der Umkleidekabine und schon dreht sie sich da verzückt vorm Spiegel. Schatz, kommst du morgen? Na, wie finde ich es? Für den Mann eine extrem anbespannte Situation. Was meint Sie überhaupt? Was ist denn jetzt neu? Mein Mann merkt dann irgendwann, dass die eigene Frau ihn vielleicht nicht mehr so attraktiv findet. Nichts, ich sagte es nicht, aber er spürte es schon. Früher, da, da haben ihn ihre Brüste noch angeschaut. Meine Brüste sind nur noch traurig auf dem Boden. Die von der Polizei haben ein sehr nützliches Gerät entwickelt, den sogenannten Quick-Hawk. Hier ein Zug am Band und so steht der Hocker. Und mal Ausflug ans Meer. Statt den Hintern voller Sand, nimm den Quick-Hawk mit am Strand. Wunderbares Feature bei weichem Untergrund. Dringen Sie den einfach um. Da und los gibt es noch keine Zwangsjacken von Ralf Lorien. Teddy, du hast gut reden. Da und los gibt es noch nicht.